Während einer kleinen Tour zum Kreuzinger See zeige ich euch jetzt meinen Lieblingsausrüstungsgegenstand für den stadtnahen Buschkraftbereich. Darin verwirkt sich mein selbstgemachter Pernit Spiritusbrenner. Jetzt kommt er in Aktion. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und alles passt in eine Konservendose rein samt Spiritus Tank und Löffel und der Deckel ist unten drunter geschnallt. Und abends gab es dann von den selbst gepflückten Bärlauch und Brennnesselblättern lecker Kreeb.